Amalocke. Wolltest du was neu probieren? Was ist denn? Kölsch. Erwin, wie lange kennen wir uns jetzt? Zehn Jahre. Und was bin ich vom Beruf? Hausmeister. Nee, Pilztrinker. Kölsch ist der letzte Plurre. Da wirst du dann immer besoffen von. Du fährst nach Köln, ziehst du mit den Leuten um die Häuser, die liegen blau unter dem Tisch und du kannst da fahren. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Kölsch ist das einzige Bier, was auf dem Weg durch den Körper die Temperatur verändert, aber nicht den Geschmack. Weißt du, was ich geträumt hab? Du hättest mir Kölsch angeboten. Das ist überkloppt. Vier Kronen wie immer, ne? Sicher, Kronen.